Sascha Müde, studierter Ernährungsberater und Athlet sowie CEO von Delicious Supplements. Also, wir haben uns überlegt, welche Nahrungsergänzungsmittel machen Sinn? Und warum schüsseln wir nicht alles einzeln auf? Hier Vitamin C Kapseln, da Omega 3, hier Vitamin D3. Warum gibt es bei uns nur drei Produkte und welches Produkt ist für dich da draußen geeignet? Produkt Nummer 1 ist mein Favorit und zwar Prime Booster. Delicious Supplements Prime Booster, wenn du Muskeln aufbauen willst, wenn du Kraft aufbauen willst, wenn du Fettverbrennung anregen möchtest, also mehr 6-Pack. Du hast hiermit eine Wirkstoffkombination, die alles beinhaltet für diese Zielsetzung. Muskelaufbau, Fettverbrennung, Kraftsteigerung. Und natürlich kriegst du zusätzlich nochmal mehr Energie in dich rein, also es pusht dich. Sehr guter Booster vor dem Training, sehr gut um morgens, um aus dem Quark zu kommen. Sehr gut, aber auch einmal tagsüber, um zu sagen, okay, pass auf, ich brauche hier nochmal einen Schub und die Tasse Kaffee macht es nicht. Dann bist du mit dem Prime Booster richtig dabei. Wir haben normalerweise 39,90. Die Dose im Angebot haben jetzt einen Dauerrabatt von 25%, das heißt 29,90. Wenn du zwei Dosen bestellst, kriegst du das Ganze auch im Bundle für 53,90. Das heißt, es geht nochmal von den zwei Dosen nochmal 10% runter. Und jetzt legen wir nochmal einen drauf. Wir haben einen Sonderrabatt von 30%, die auch nochmal runtergehen. Das ist der Pro 30. Wenn du den eingibst, bist du bei der Dose statt 39,90 UVP bei 18,90 Euro pro Dose. Das ist unser Rabatt, den wir jetzt gerade weitergeben an all die Leute da draußen, die so ein bisschen strugglen mit der Kohle und merken, es wird doch ein bisschen enger. Und trotzdem möchte man aber auch was für sich machen, für seine Zielsetzung, für sein Body, für seine Fitness. Dann bist du mit dem Prime Booster für Muskelaufbau, Kraftsteigerung und Fettverwendung genau richtig. Euer Saschen Mühle von Delicious Suttlements. Auf später. Ich freue mich. Ciao.